Pass auf, KönigsblorTV, also der Kesti, der Rainer und der Schalker, also Francesco und Schalker Botschaft, ich, Andreas, wir haben jetzt einen Kanal zusammen, wisst ihr vielleicht schon, aber wenn nicht, dann wisst ihr das jetzt. Schalker Dreisel, mit D, nicht Kreisel, Dreisel, Schalker Dreisel und jeden Mittwoch 20.30 Uhr unterhalten wir drei uns über Schalke, Ruhrpott und so weiter, über alles was anfällt, meistens Schalke, manchmal auch Ruhrpott und Pommes, aber meistens Schalke und manchmal haben wir auch Gäste und morgen ist der Lennart, Schalke Lennart, Lennart, kennt jeder oder, ist unser Gast. 20.30 Uhr auf Schalker Dreisel, Link tu ich hier unters Video tun, gerne hingehen, Abo dalassen, Schalker Dreisel, ja, das war's, Schalker Dreisel, morgen 20.30 Uhr, Glück auf. 20.30 Uhr auf, Schalker Dreisel,owego Ja, das war's, Schalker invited uns nasist und